Im Eventbereich bieten wir die sanitäre Infrastruktur sowohl mit dem Frischwasser als auch mit der Abwasserlogistik und eben die Räume für die Produktion oder für die Mitarbeiter. Und zur Frischwasser- und Abwasserinfrastruktur gehören eben auch unsere sanitären Einheiten, die Gastronomie oder die Wasserversorgung in der Fläche, damit die Gäste Trinkwasser bekommen. Grundsätzlich haben wir mit am Markt die hochwertigsten oder modernsten Anlagen. Am Ende des Tages haben wir eine sehr gute Toilette, die eben halt sehr aufgeräumt und sauber ist oder moderne Duschen, wo man seine Privatsphäre hat, Waschplätze mit LED-Beleuchtung oder Waschlösung mit Föhn und Schuko-Stecker. Da sind wir sehr drauf spezialisiert, einfach auch Einrichtungen zu entwickeln und zu bauen, die ein möglichst großes Spektrum an Service in so einer Sanitärstation abbilden. Die waren super sauber gewesen, die Anlagen. Egal zu welcher Zeit. Genau. Immer Toilettenpapier. Auch immer alles da, genau. Und genügend Kabinen auch immer frei. Also es war perfekt. Die sanitären Anlagen sind sehr, sehr sauber. Du hast zum Beispiel auch, hier überall siehst du Leute, die hier herumlaufen und die machen das regelmäßig sauber, sodass du da halt echt immer entspannt drauf gehen kannst. Das ist halt sehr cool. Die Duschen waren super mit dem Vorhang, davor wunderbar. Die LED-Beleuchtung war klasse, dass man sehen konnte, was frei ist. Also ich kann nur Positives sagen. Die Module funktionieren mit Vakuumtechnik und die neuen Vakuumanlagen, die haben eine reine Wasserersparnis zu herkömmlichen Toiletten bis zu 90 Prozent. Wir sind keine reinen Materialvermieter, wo der Veranstalter hinkommt und sagt, ich möchte so und so viel Container mieten oder so und so viel Sanitäranlagen mieten, sondern wir sind ein Dienstleister, der sich die Veranstaltungen zusammen mit dem Veranstalter ansieht, guckt, wo wie viele Menschen sind und wie viele Menschen erwartet werden und auf dieser Grundlage einen Infrastruktur planen und die Sanitäranlagen sozusagen da rein implementiert. Und das ist sicherlich der wesentlichste Faktor von uns, dass wir halt mit dem Veranstalter die Infrastruktur schlüsselfertig planen und auch dafür Sorge leisten, dass dann auch alles funktioniert. Und das ist sicherlich. Untertitelung des ZDF, 2020